Yo leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge mineplex minigames heute mit den gambler und wir spielen master builders und wir müssen ein ice bauen ice cream eben die runde die wir gespielt haben ist ja ein bisschen abgekackt naja jetzt können wir das nur noch besser machen wie baust du dein ice? wie baust du dein ice? eisig. oh das ist ja sehr anspruchsvoll. ja keine ahnung. ich muss jetzt erstmal finden. da. warte ich hab ne idee. ich hab ne gute idee. auch ne idee. wenn ich das nicht umsetzen kann. das war traurig. ja das ist echt traurig. es wird hässlich kann ich jetzt schon mal sagen. es wird sowas von hässlich. meins wird ganz ok denk ich mal. it's ok denk ich mal. also immerhin nicht kaputt gehen. darauf hoffe ich. ja war ja eben auch nicht so und das war schon. ja die blumen haben es gerettet. ich hab doch gesagt die blumen haben es in sich. ja da. so dann. boah es sieht aus wie ein pokal irgendwie. bei mir. meins hat noch kein ice. ja meins auch nicht. deswegen sieht es auch aus wie ein pokal. ich lass das jetzt so. das versuchst du eben zu bauen. das wird nicht gut enden. lass dich doch mal überraschen. ok. mach ich. das ist jetzt so schlimm. so. jetzt werde ich auf jeden fall schokolade enthalten. ja damit wirst du jetzt nur die ganzen schoko fans hier auf dich ziehen ey. dann so ein bisschen so. ein bisschen erdbeer. ja erdbeer hab ich auch. dann ein bisschen vanille natürlich. hier kirche. noch ein bisschen banane. ja vielleicht. es könnte gut aussehen wenn man checkt was es ist. das sieht aus wie ein berg ey. ne bei mir nicht. so schlimm ist es nicht bei mir. was nehme ich denn? schokolade. schokolade ist braun. so dann nehme ich noch ein bisschen. wie kann ich jetzt das machen? gar nicht glaube ich. ich hab nur 1,5 minuten. ich versuch grad noch was hinzumachen. das könnte sogar noch was hinzumachen. das könnte sogar noch was hinzumachen. das könnte sogar noch was hinzumachen. aber. so. wo sind die. ok. ich versuche noch einen daneben zu bauen. wo sind die eisenblöcke man. gib einfach bei suche eisen. oder iron. ich weiß nicht von welcher sprache das ist. so. scheiße. meine zeit. jetzt mache ich schon wieder so ein vierkirchen. ich hasse es man. ich lieber was rundes machen sollen. jetzt haben wir noch. jetzt haben wir noch. jetzt wird das okay. ja. dann mache ich noch einen kleineren eisbecher. nur mit schokolade. weil das. weil kinder mögen ja am liebsten schokolade. ne. bestimmt. ich hoffe was du nicht lassen kannst. oh naja. 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 warte mal. ich habe noch 20 sekunden. ich könnte ja jetzt. ähm. braune Wolle. das darf nicht fehlen. so. so. time ist vorbei. time ist vorbei. time ist vorbei. mal sehen wer besser ist hier. ja. da sind schon mal zwei eisbecher. okay. ja. es ist nichts besonderes. nicht so schlecht aus. es ist okay finde ich. ich würde ein gut geben. ich habe ein it's okay gegeben. he he. warum bin ich eigentlich immer erster man. he he he. ich werde ein gut geben. das soll eine waffel sein. aber das ist. das ist. das ist. mein eisbecher. habe ich gegeben. das ist. der ist nicht fertig geworden. das sieht einfach so aus. ist kritisch auf jeden fall. das ist. die selbe idee wie ich gehabt. das sieht. der hat es. aber richtig gut gemacht. der kriegt ihn gut von mir. ja. danke. ja. wir können ja nicht wissen. dass das so scheiße war. ich weiß. simple ist schon wieder. oh. dunkel. okay. der sieht. scheiße aus. aber ich gebe. meh. ich gebe auch. meh. das ist. das ist. komisch gemacht worden. das ist kein mensch. oder. das soll eine frau da stehen. was noch einmal. okay. das ist. hässlich. he he he. he he he. das kann nicht sein. man. was hat der ganze zeit in den 5 minuten gemacht. ich weiß es nicht. ja. er ist umgesprungen oder so. McDonalds. McDonalds. nicht so viel Eis hat. ja. so. haben wir. ja. na. ist ganz ok. ja. ich gebe. meh. sieht so schön aus. ja. bist eh du. es war so klar. es war so klar. was ist das denn hier. ice for free. ice for free. so viel. es war so. meh. meh. da kann er nicht rein oder. ne ne ich glaube nicht. das ist scheiße. ich flieg ganz alleine hier rum. jetzt nicht mehr. ja. das ist bestimmt nicht besser als meins. das ist. das ist. da hab ich das wohl besser gemacht. ich sag mal ice for bleeding. ich auch. ganz ehrlich. als ob ice. so. ganz weg ist. auf einmal. wieso. explodiert keiner. ok. was ist das. das ist einfach nur ein block. weil. meins habe ich ja auch nur einen block gemacht. deswegen gebe ich nicht. meh. 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 hm. 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 alles. versuch mal ganz hoch zu fliegen. wenn du. wenn du. ganz hoch fliegst. dann kannst du die anderen arenen sehen. echt. naja. stimmt. da ist meiner zum beispiel. hm. hm. das ist. ein ding ist. ja. ist okay. als becher. als waffel. eismann. er hat sich was dabei gedacht. ja. aber jetzt sind nicht alle deutsch hier oder? hm. hm. naja. jetzt kommt glaube ich die. auslosung. ich bin. wieder vor dir. ja. jawoll. und damit würde ich sagen. schaut doch mal beim gambler vorbei. wir machen auch noch ein video für den. und. bis zum nächsten mal. haut rein. ciao. auf.